Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts That's IT. 1993 hat ein Mann gesagt, den jeder kennt, das Internet ist nur ein Hype. Falscher damit lag, klären wir später auf. Aber was ist eigentlich so die Basis von all dem? Das Speichermedium. Und wir begeben uns heute auf eine Reise in die Vergangenheit und sprechen mit meinem Gast über das Thema Speichermedium. Und deren Anfänge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts That's IT. Mein Name ist Karl Schiffers und ich möchte meinen heutigen Gast Bernd Mildenberger begrüßen. Hallo Bernd, schön, dass du da bist. Ja, hallo, guten Tag. Ich freue mich, dass ich eingeladen bin. Das freut mich sehr. Ich habe es am Anfang erwähnt, das Internet ist nur ein Hype. Vielleicht zur Aufklärung auch für dich, das hat damals Mitbegründer und Harvard-Abbrecher Bill Gates gesagt. 1993 hat er gesagt, das Internet ist nur ein Hype. Ja, wie sehr falsch er damit lag, haben wir natürlich jetzt mittlerweile gesehen. Wir möchten aber heute mal über das Speichermedium sprechen. Denn wir wollen ein bisschen in die Historie eintauchen und da freue ich mich sehr, dass du da bist. Du hast mir nämlich gesagt, dass du seit 1986 in, ich sage mal, dem IT-Bereich, den man damals vielleicht noch nicht so identifizieren konnte, tätig bist. Vielleicht heute kurz zu dir. Du bist heute, leitest im kompletten Bereich den Technischen, also Technikleiter. Und ja, Bernd, vielleicht einfach mal zu dir. Wir gehen mal ganz, ganz weit zurück, vielleicht an den Anfang, kurz nach der Schulzeit, bevor du in diese Richtung gegangen bist. Vielleicht erzählst du einfach mal, wie es losging. Ja, sehr gerne. Also, ja, Schulzeit ist natürlich schon recht lang zurückliegend. Aber ich habe mich immer schon für Technik interessiert und das war schon immer für mich spannend. Damals waren eigentlich so mehr andere Themen, habe ich angesagt, in der Jugendzeit vielleicht auch ein bisschen mehr Musik hören, Hi-Fi und solche Themen. Und Autos gab es natürlich auch schon, das war auch immer spannend. Aber den Computer, den gab es ja eigentlich noch gar nicht, sondern das war so typischerweise eher Bürotechnik. Typische Bürotechnik. Und das war dann sehr schön, dass ich einen Beruf erlernen durfte, der sich mit denen Themen beschäftigt hat. Nämlich, ich war sogenannter, oder habe mich ausgebildet zum Büromaschinenmechaniker. Und da ging es um Schreibmaschinen, schlichtweg Schreibmaschinen und Rechensysteme, aber die waren mechanisch. Da hat man addiert und subtrahiert. Habt ihr vielleicht noch in Erinnerung irgendwo ein Kassensystem, das gekurbelt war und dann ist das addiert worden. Und automatisch wurde dann später durch elektronische Rechner, Taschenrechner abgelöst. Ganz kurz die Frage, in welchem ungefähren Zeit, Jahrgang befinden wir uns da jetzt? Ja, 1977 ging das los bei mir. 1977. In einem sehr großen Betrieb mit über 3000 Mitarbeitern. Da durfte ich mich mit diesen Technologien beschäftigen. Das Einzige, was, glaube ich, noch übrig geblieben ist, ist sozusagen ein Kopierer vielleicht, ein Drucker, Kopierer. Das gab es dann damals auch schon was ganz Neues, was zu kopieren. Das war schon was Besonderes. In der Schule hat man das noch mit so, mit solchen, was weiß ich, so Blaupausen irgendwie gemacht, so Kurbelsysteme. Aber dann gab es dann tatsächlich schon Kopiergeräte, die gibt es noch, die Schreibmaschine ist eigentlich tot, aber die Rechner haben sich weiterentwickelt. Und da du es angesprochen hast, hat sich dadurch ja auch was ergeben, man wollte ja vielleicht auch mal irgendwas speichern. Also nicht, früher hat man ja alles getippt oder diktiert und dann getippt. Heute will man das speichern, dass es vielleicht automatisch dann als E-Mail heute schon erscheint oder früher eben in einem Schreibautomaten, sage ich jetzt mal so. Das sind die Anfänge. Ja, und habe mich dann entschlossen, noch in ein Studium mich zu begeben. Es hat dann sofort geklappt. Es gab ja keine IT oder EDV, gab es natürlich. Und ich habe dann Feinwerktechnik studiert. Das hatte eigentlich auch nichts mit Computer zu tun oder wenig. Wir haben Programmieren gelernt, ja. Aber es gab noch nicht einmal einen PC. Und das ist ja so das Einzige, was er dann so richtig in die, ja das war ja dann ein Masseprodukt irgendwann. Ein PC, da weiß ja jeder heute, was es ist. Das war damals noch was ganz Neues. Und insofern sehr spannend, dann ging das so langsam los. Wie kann man sich das denn vorstellen, weil du gerade gesagt hast, ihr habt Programmieren gelernt. Ich meine, vielleicht manche Zuschauer kennen das von, man programmiert jetzt auf dem Laptop, man hat alle seine Zeichensysteme. Aber wenn es jetzt das noch alles noch gar nicht gab, wie kann man sich das dann ungefähr damals vorstellen, wie dieses, ich sage mal, Programmieren da funktioniert hat? Das Programmieren ist eigentlich, denke ich, ähnlich wie heute. Ich kann ja nicht mehr programmieren, das ist ja schon ziemlich hart. Das machen heute andere. Aber die Sprache war vortran und das haben wir auf der Hochschule gelernt. Und das waren dann eher Systeme wie irgendwelche Großrechner, Mainframes hat man ja gesagt. Da hat man halt auch programmiert. Und letztendlich hat man halt auch irgendein Ergebnis erwartet. Und das hat ganz gut geklappt. Das wurde dann natürlich durch den PC, kam das Richtung PC. Dann haben wir da ja programmiert. Basic und Assembler war dann solche Dinge. Und da haben sich ja die ganzen Sprachen dann später entwickelt. Was interessant war, es war also, wie gesagt, ich hatte eigentlich gar nichts mit Computer groß am Hut. Aber hatte dann ein bisschen später, 1984 Richtung Diplomarbeit, mich entschlossen, ich mache jetzt genau das, wo ich mir am wenigsten auskenne, programmieren und habe mir dann einen PC gekauft. Den gab es dann schon. Wie kann man sich das denn vorstellen aus heutiger Sicht? Die Maße sahen ähnlich aus. Ein bisschen größer vielleicht, aber eigentlich ähnlich. Und die Komponenten waren ja eigentlich schon das Gleiche. Aber eine Festplatte, von der wir ja gerne vielleicht reden möchten noch, das gab es fast noch nicht. Also ich habe das alles noch mit Flopi-Laufwerk gemacht. Ein besonderer Luxus waren zwei Flopi-Laufwerke. Oh. Ja, und habe das halt so gemacht. Und bin dann, also wie gesagt, so eine Festplatte gab es mit 10 MB, 10 MB. 10 MB, also das ist ein Witz eigentlich heute, aber war zu teuer. Und bin dann in eine Firma gestossen nach dem Studium, wo ich ein bisschen auf eine andere Ebene eingestiegen bin. Das war dann schon eine hochwertige EDV. Das waren dann CAD-Systeme in einem Haus, wo CAD-Systeme vertrieben wurden, Software wie Hardware. Und es waren Unix-basierte Systeme. Und ja, das war ja alles, das Unix war damals der Rechner. PC war da noch nichts. Und da sind wir konfrontiert worden, oder ich das erste Mal, mit Festplatten. Und die waren Anfang 60 MB, 85, so ist es immer mehr geworden, sehr lang. 190 MB, das war schon gigantisch. Und mit 190 MB hatten wir eine Größeordnung von ca. 25.000 bis 30.000 DM für die Festplatte zu bezahlen. Unvorstellbar, wenn man das in heutiger Zeit denkt. Du hast gerade erwähnt, CAD, also vielleicht einfach nochmal für unsere Zuhörer, Konstruktionssoftware. Ja, ich denke bei den geringen Speicherkapazitäten oder ich sage mal auch Performance-Kapazitäten waren das wahrscheinlich dann 2D-Zeichnungen, ging es dann quasi damit los, die zu konstruieren, die einzelnen Bauteile. Kann man sich das so vorstellen? Ja, das ist genau richtig. Das waren so die Anfänge der Digitalisierung, wenn man das heute so schön sagt. Das war eigentlich damals die Leute vom Zeichenbrett. Ja, das wissen vielleicht heute manche gar nicht mehr so. Man hat alles gezeichnet. Man sieht es manchmal in so schönen alten Spielfilmen. Wenn sie irgendwo ein Auto konstruiert haben, standen Räume mit 100 solcher Zeichenbretter. A0, ganz große Zeichenbretter. Und das hat man versucht, an einem damals Hochleistungsrechner abzubilden. Und das war nicht so ganz ohne. Da waren dann auch schon Grafikleistungen gefordert. Wir konnten da schon zoomen, ja, aber alles 2D-basierend. Ja. Ganz klar. Das Schöne war, da gab es dann Schrauben, Normteile und so. Das war dann halt alles schon da. Man musste das nicht immer einzeln zeichnen. Und ich bin regelrecht eben rein, damals hat man auch immer von Hardware gesprochen, ja. Da war die Hardware auch noch teurer wie die Software. Das hat sich alles ein bisschen dann auch gewandelt zum Teil. Und so bin ich halt eben Unix-basiert zu den Festplatten und Speichermedien gekommen und durch ganz Deutschland gefahren. Ja, das ist auch ein sehr interessanter Punkt, den du angesprochen hast, dass die Software quasi die Hardware in den Kosten abgelöst hat. Ich glaube, das ist auch das, was wir jetzt von dieser Reise, auf die wir uns jetzt hier begeben, Richtung Historie hin zu dem heutigen Tag, dass quasi durch Weiterentwicklung, durch mehr Produktion, dadurch auch günstiger Produktion und jeder weiß heute, die meisten Smartphones haben irgendwie 128 Gigabyte, 130 Gigabyte schon mal Standard drin. Und du hast vorhin gesprochen von 10, 50 Megabyte, also das mal 1000 den Megabyte, dass wir auf einen Gigabyte kommen. Das heißt, das war halt so die Mitte 80er. Ging es dann los, dass du angefangen hast mit Konstruktionssoftware und vor allem damals Hardware. Du hast gesagt, es war wahnsinnig teuer, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ja, so ein Kartplatz liegt bei 250, 300.000 D-Mark. D-Mark, im heutigen Vergleich vielleicht nur so. Muss man aufpassen, bin ich über Euro, ist mir sehr schnell heute schon. Euro, ja, das Doppelte dann. Ich weiß, es war schon enorm und eigentlich toll, dass die Leute sich, also ich weiß es noch, ich habe es in vielen kleineren Firmen auch installiert, da haben kleinere Konstruktionsbüro irrsinnige Summen damals ausgegeben, um in dieser neuen Technologie vorne dran zu sein. Also das muss man sich ja mal vorstellen, aber heute ist das wesentlich günstiger. Und da waren schon viele mutig damals auch. Und wir haben, glaube ich, ein gutes Geschäft machen können, diese Technologie anzubieten. Das glaube ich, ja, wenn man so früh mit dabei ist. Das heißt, okay, Mitte der 80er, wenn wir uns jetzt dann von da aus weiter Richtung, ich sage mal, Ende der 80er bewegen. Wie hat sich das dann Ganze oder in deinem Lebenslauf auch weiterentwickelt? Ja gut, das Interessante war, das war ja alles Unix passiert, wie gesagt. Und dann kam ja dann doch diese PC-Entwicklung, die sich da abgebildet hat. Und da gab es übrigens auch einen sehr interessanten Spruch von einem bekannten Menschen, der mal gesagt hat, das ist unvorstellbar, dass in jedem Haushalt mal ein Computersystem sich befinden könnte. Ja. Das war soweit, ich weiß, der Chef von IBM. Und das hat sich auch nicht bewahrheitet, weil heute stehen, glaube ich, schon fast mehrere Systeme bei IBM. Also Smartphone ist ein leistungsfähiger, wie viele PCs vor 30 Jahren. Auf jeden Fall. Aber das ist auch interessant. Und da kam eben dieser PC und dann kriegte das natürlich ein Volumen. Also das heißt, nicht mehr nur ein paar tausend Systeme, sondern es ging um zehn, hunderttausend Systeme. Und wie du es gesagt hast, kam eine extreme technische Entwicklung dadurch zustande, weil ja eine Nachfrage da war und die Produktionskosten enorm nach unten gegangen sind. Also Speichermedien sind immer günstiger geworden. Diese Preise sind ja, das ging ja dann weiter mit 600 MB, dann ein Gigabyte, dann hoch heute ja mehrere Terabytes. Aber der Preis ist eigentlich immer gefallen. Denn heute kriegt man ja eine Platte für 1.000 Euro. Das ist ja schon eine recht große Platte, also jetzt im Datacenter-Bereich. Zu Hause hat man eigentlich solche Systeme ja auch. Eine Terabyte-Platte, 50 Euro oder so, wenn überhaupt. Ja, das ist extrem günstig. Aber in der Industrie ist es doch noch, das sind dann auch wieder hauptsächlich jetzt eher Software-Lizenz-rechtliche Dinge. Du hast einen sehr interessanten Punkt gesagt. Da ging es mehr zum PC hin. PC heißt ja Personal Computer. Das heißt, vorher hattest du ja auch erwähnt, dass es diese quasi Rechenzentren oder diese Großrechner gab. Das heißt, man muss sich, um das nochmal nachzuvollziehen, vorstellen, es gab ja diese Großrechner, die dann einzelne Rechenleistungen, ja, ich sag mal, bewerkstelligen konnten. Und dann ist es diese Entwicklung hingegangen zu, dass quasi jedes Individuum seinen eigenen, ich sag mal, Rechner, Personal Computer bekommt. Also irgendwie auch diese Demokratisierung dieser Technik. Und man sieht ja auch die Entwicklung dahin gegangen, dass dieses Individuelle, dass jede Person dann doch mit dem eigenen Rechner, mit einem eigenen Arbeitsplatz ausgestattet wird. Ich meine, das ist ja heute, wenn man in jede Firma guckt, wenn man da anfängt, jeder bekommt sein Handy, jeder bekommt sein Laptop. Das ist ja meistens schon so einfach die grundlegende Standardausstattung. Wenn wir jetzt 85 zurückgehen, mit der 80er ist das natürlich was Besonderes gewesen. Ja, das ist richtig. Auch die Leistungsfähigkeit war eigentlich schon recht hoch, was die Systeme geleistet haben. Aber es gab, wie gesagt, die Entwicklung kam dann mit den PCs. Also Intel-basierte CPUs waren es damals. Und da gab es dann einen extremen Preisrutsch natürlich, weil die wurden immer leistungsfähiger. Wir haben das belächelt damals. Wir haben uns eigentlich gesagt, was soll denn das? Das ist doch Kinderkram. Aber es ging uns nicht anders als den berühmten Leuten, die auch irgendwas vorausgesagt haben. Und dass sie so Entwickler annehmen, dass die so leistungsfähig werden. Man hat dann von Unix fast alle CAD-Entwickler oder Software allgemeiner Art, wurde von Unix sehr viel Richtung Windows ja migriert oder neu entwickelt. Und das war ja auch eine völlig andere Art der Bedienung dann und so weiter. Und da ist halt eine Masse reinkommen, das ist auch so günstig. Heute kriegst du einen PC für 2.000 Euro ja wirklich was Tolles. Das ist ja nicht mehr so. Also einer, der wirklich leistungsfähig was kann. Der ist schon leistungsfähig. Klar gibt es natürlich auch weit. Für 2.300 kriegt man auch schon einen für normale Anwendungen. Ja, das ist richtig. Fand ich super interessant, den Punkt, den du gerade gesagt hast, dass ihr alle damals gedacht habt, ach, was ist denn das für eine Entwicklung? Was ging euch damals durch den Kopf? Erinnerst du dich da noch dran? Was habt ihr gedacht, wo geht das eigentlich hin? Oder ist das jetzt nur so ein Trend? Man hat es eigentlich, also ich habe das auch nicht geglaubt, dass sich das so extrem entwickelt. Und vor allem kam ja dann nochmal später die Entwicklung mit Smartphones. Also das war ja, ja, Smartphones erst mal gar nicht. Das ging eigentlich nur ums Telefonieren. Man hat sich ja gar nicht vorstellen können, dass man mal einfach überall telefonieren kann. und das Handy sozusagen war ja dann ein Riesenschritt. Und dann kam auf die Idee, da kann man noch ein bisschen Computing einbauen und kann dann andere Dinge mitmachen. Das war natürlich dann auch mit dem Internet gegeben. Aber die Entwicklung ist ja irre. Wir haben heute auf dem Smartphone tausende von sehr guten Bildern, wenn man das vielleicht so darstellt. Es wird ja schon mehr als Fotogenützten Smartphones manchmal wie für andere Dinge. Oder es ist ein Fotoersatz. Aber das ist ja undenkbar. Wir haben damals selbst auf so einer Platte zehn Bilder gebracht. Mit was für einer Qualität auch. Ja, genau. Das haben wir nicht vorausgesenkt. Das haben wir nicht geglaubt. Aber wo der PC dann kam, da haben wir schon gemerkt, wo es hingeht. Und auch die Firmen haben das gemerkt. Und dann sind die Preise eben anders geworden. Aber die Stückzahlen höher. Wir haben dann auch mehr Kartplätze verkauft. Das ist ja klar. Und das hat sich dann auch wieder ausgeglichen. Die Firmen sind gewachsen. Also die IT-Branche ist dann ja richtig entstanden. Dass man natürlich so lange, dass sich das so entwickelt, und dass ich da so lange jetzt dabei sein konnte bis heute, das ist natürlich schon spannend. Ja, das glaube ich auch. Ja. Was da dann alles passiert ist. Ich finde es super interessant, auch für unsere Zuhörer einfach dieses Gefühl, was du gerade beschrieben hast, wenn wir uns Mitte der 80er sehen, dass diese Vorstellungskraft, was heute alles möglich ist, dass das natürlich damals absolut in der Zukunft stand und man auch sich das gar nicht vorstellen konnte, wie diese Entwicklung sich so rasant, ob das jetzt der PC oder der Smartphone ist, das so wirklich rasant vorwärts geht. Du hast jetzt schon gesagt, dass mehr Stückzahlen natürlich produziert werden, dass dadurch die Preise natürlich auch runtergehen und mehr Firmen damit ausgestattet wurden. Wenn wir jetzt Richtung Anfang der 90er gehen, dann kamen ja natürlich auch so Themen wie Software noch mehr mit dazu, die ja dann auch quasi die Anwendung oder sagen wir mal Windows-System, um halt auch irgendwie das für alle zugänglich zu machen. Weil noch sind wir ja eher im Bereich Firmen. Ich glaube, da hatte noch wenig Leute wahrscheinlich privat irgendwie mal ein Laptop daheim oder irgendwie was in die Richtung, wahrscheinlich Anfang der 90er oder so. Ist das so? Naja, die Nutzung hat sich halt gewandelt, kann man sagen. Wir haben ja früher eigentlich nur eine Anwendung auf so einem Rechner gehabt. Also CAD, was anderes hat man nicht drauf gemacht. Mit dem PC, mit dieser Entwicklung kam ja auf, dass man mehrere Dinge mit so einem Computer tut. Also es ging natürlich später, E-Mail, heute Kommunikation, ja alles eigentlich über Computer. Oder dann irgendwelche Software, die man nutzt im Berufsleben, aber natürlich auch die, ich darf mich gerade unterschätzen, die Spieleindustrie, die sich Unglaubliches nach vorne gebracht hat in der Entwicklung von Grafikkarten und was da so alles läuft. Das ist ein Riesenmarkt, Massenmarkt halt wieder, wie sich das dann entwickelt hat. Aber damals ging das los, ein PC, ja was kann man denn da alles tun? Und dann waren mehrere Applikationen oder Software mit drauf. Das war natürlich schon interessant. Und dann hat sich Windows halt extrem entwickelt. Windows NT, Windows 2000 und wie das alles sich entwickelt hat. Und das Interessante war, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil ja dann das Internet dann irgendwann kam. Also vor dem Internet haben wir uns natürlich schon immer beschäftigen müssen, wie können Computer miteinander kommunizieren? Also die Festplatte ist das eine, das sind die Daten. Aber wie kommunizieren die? Das heisst, wir haben die vernetzen müssen. Und da gab es ja dann auch interessante Entwicklungen. Also wir haben damals 1986 schon mit Ethernet die Unix-Rechner vernetzt. Das heisst, es ist eigentlich noch die basierende Technologie, wie sie heute genutzt wird. Das hat sich durchgesetzt, Ethernet. Und das war eine andere Anschlusstechnik. Das ging damals noch über Koax-Kabel und war extrem teuer. Also eine Vernetzung von zwei Unix-Maschinen waren circa 30.000 D-Mark, zwei Rechner miteinander zu verbinden. Wow. Aber das ist ja, das haben wir auch nicht geglaubt, dass sich das so entwickelt. Aber das war dann Hochspannung. Mit dem PC war es dann auf einmal so, dass man im ganzen Gebäude ja Kabel klebt, dann auch wir, und haben alle PCs miteinander vernetzt. Und das ist schon ein Durchbruch. Das konnte man ja Daten hin und her schicken. Austauschen. Das haben wir ja vorher mit der Floppy gemacht oder mit dem Bandlaufwerk oder so irgendwo. Das heisst, wie war das vorher, wenn du gerade gesagt hast, Floppy, Bandlaufwerk, rausziehen? Ja klar, rausziehen und irgendwo hingehen, sagen, ich habe dir da was, guck das mal an. Wieder reinstecken. Wieder reinstecken. Aber mit dem Netzwerk war das natürlich dann schon toll. Und das war auch gar nicht so langsam. Das war schon ordentliche Technologie. Und das hat sich ja extrem entwickelt. Jetzt kommt was Wichtiges für die Speicher eigentlich. Weil wir haben die Speicher immer nur punktuell gesehen. Wir haben gesagt, okay, da ist eine Maschine, egal was für ein Betriebssystem. Und da sind Daten drauf, die sind wichtig. Also wollen wir ja von CAD sprechen. Das sind ja immerhin die Entwicklungsdaten von irgendeinem Produkt. Die sollte man ja nicht verlieren. Das haben wir also damals auch schon Backups gemacht. War genauso wie heute eigentlich ähnlich. Wir haben Backups auf Band gemacht im Allgemeinen. Weniger auf andere Systeme, sondern auf Band. Klassisch. Wird ja heute zum Teil ja auch noch so gemacht. Und mit dieser Anforderung kam ja irgendwann das auf, ja, jetzt hat ja jeder, Anführungszeichen, eine Festplatte. Und jetzt sind die Daten verteilt. Und da kam ein großer Hype eigentlich Richtung Zentralisierung. Man musste jetzt wieder versuchen, das einzusammeln. Weil die Firmen hatten ja jetzt auf einmal nicht einen, zwei, drei Plätze, sondern vielleicht 20, 30, 40 Plätze. Wenn es dann PCs waren, dann waren es womöglich 100 oder noch mehr. Aber jeder hat da irgendwelche Daten gehabt. Also sei es irgendwelche Dokumente, Schriftstücke oder Kalkulationen oder egal. Und dann kam der Trend, man musste das möglichst auf ein konsolidiertes System bringen. Sprich, einem Server vielleicht, der dann mehrere Platten hatte. Da hat man dann ja gemerkt, auf eine Platte geht es nicht, also mehrere Platten. Und dann ging diese Speichertechnologie los, was wir heute so mit Storage-Systemen gerne noch beschreiben. Das war dann eigentlich schon extrem spannend, wo mich mich begleitet hat, über die Jahre von der eigentlichen Festplatte, wo wir uns noch gar nicht viel gedacht haben, zum heutigen hochverfügbaren Speicher-Storage-System bei den Firmen. Das heißt, diese Konnektivität über Internet oder so Themen, das war ja noch ein weites Zukunftsthema. Wir hatten ja auch eingangs von Bill Gates, Internet ist nur ein Hype-Thema, das war so 93. Wir befinden uns ja jetzt auch irgendwie Anfang der 90er. Das heißt, Richtung Zentralisierung, klar natürlich, weil jeder macht auf seinem eigenen PC irgendwie was, konstruiert was und dann liegt es irgendwo lokal. Das bringt natürlich auch nichts, wenn man Bauteile dann irgendwo auch vielleicht zusammenführen möchte. Jetzt reden wir mal über komplexere Bauteile. Wenn man mal vielleicht eine ganze Maschine oder sowas, die produziert werden müsste, da würde das natürlich, wenn man sich erst die Daten zusammensucht und bring mal deine Floppy-Disc mit und deine und sonst was. Ja gut, die Vernetzung war ja dann schon da. Ja, vielleicht, das war ja nur ganz am Anfang. Aber das Wichtige ist, das sind Unternehmer, sehr, sehr wichtige Unternehmensdaten und die wurden ja dann nicht gesichert. Du hast ja nicht zig Bandlaufwerke. Also man hat versucht, die Daten dann irgendwie, musst du ja sichern. Also einfacher, sie sind an einem Ort, konsolidiert. Und man arbeitet über das Netzwerk mit den Daten. Das ist ja heute noch so üblich. Das ist heute noch so üblich. Und so eine Speicher, du hast jetzt so ein Storage, so ein Ursprungs-Storage, Anfang der, Mitte der 90er Jahre. was, welchen Kapazitäten sprechen wir denn da? Na ja gut, die Entwicklung, na ja, da muss ich gerade mal fast überlegen. Es ist, je nachdem, wie groß die Platten waren. Wenn wir auch über Platten reden, vielleicht noch ein kurzer Einschub. Wir reden ja über HDD-Drives, also sich drehende Platten, auf die geschrieben wurden. Also der SSD war noch, ich glaube, sag ich mal, weit entfernt. Die haben natürlich auch, ich weiß gar nicht, wie groß so eine Platte war, so in die Richtung. Ja, die war so circa, also das übliche Format waren so erst mal am Anfang so 20, 20 Zentimeter ungefähr, vielleicht 10 Zentimeter hoch. 5, ein Viertel Zoll Platten waren, das und dann kamen mit dem PC, wurden die kleiner, die sind ja heute noch gängig, die Größen 3,5 Zoll. Und ja, die Platten haben sich halt entwickelt, das war wie gesagt dann ja Gigabyte. Welche Kapazität hatte so eine Platte damals ungefähr, so eine drehende Platte? Es gab schon, na ja gut, die drehende Platte haben sich halt weiterentwickelt. Gigabyte hoch bis heute, das haben wir ja, haben wir ja Terabytes. Ja, da gab es halt alle Stufen, jedes Jahr wurde, hat sich das fast verdoppelt, kann man sagen. Und im Moment haben wir ja Terabyte 16, Terabyte Platten, drehende Platten ja auch schon, aber jetzt geht es ja über 20 dann hoch. Also das ist ja unvorstellbar erst mal im Prinzip. Aber das Problem war doch eigentlich das, was ich vielleicht noch raus will, dass man die Daten jetzt zusammengefasst hat. Eigentlich ist es egal, wie groß jetzt die waren. Wegen mir war es damals ein Terabyte. Ja. Aber das Problem ist, dass so eine Platte ja ist ein mechanisches Teil. Ich meine, weißt du, alles kann kaputt gehen, defekt gehen. Da haben sich ja, man sagt, Spindeln gedreht, die haben eine gewisse Wärmentwicklung und es ist halt immer wieder passiert, dass so eine Platte ausfällt, dass da Fehler aufgetreten sind, die dann das System nicht mehr korrigieren konnte. und dann ist so ein Datenverlust letztendlich, wenn man keine Datensicherung hat. Vor allem kann man ja nicht mehr arbeiten, wenn die Platte kaputt ist. Man muss ja erst mal wieder einen Ersatz schaffen. Und deshalb kam dann eigentlich die Idee aus, man muss das irgendwie über Redundanz machen. Das war ja am Anfang gar nicht. Ich bin früher zum Kunden gefahren, oh, Platte kaputt, schlecht, können wir da nicht arbeiten, müssen wir da warten, bis ich komme mit einer neuen Platte und wieder einspielen, dann ging es wieder. Das will man ja nicht mehr. Das ist ja unvorstellbar heute. Im Privaten passiert es noch, was man sich manchmal dann hören muss von Freunden und Bekannten. Von manchen besonderen Abschlussarbeiten. Aber in der Industrie ist es halt so, dass man dann zumindest mal die Entwicklung von sogenannten Rättsystemen nach vorne gebracht hat. Das heißt, wir haben das Einfachste, wäre eine Spiegelung. Ich habe quasi die Daten mit zwei Platten und da darf eine defekt gehen. Und dann gab es natürlich, das Problem war, gespiegelt heißt wenig Ausnutzung der Kapazität. Ich brauche die doppelte Kapazität, um meine Daten zu speichern. Das ist natürlich nicht ganz geschickt, wenn die Datenmengen groß werden. Und so wurden dann Rättsysteme entwickelt. Bis heute ist das gängig, wo man dann eigentlich so macht, dass man sogenannte Rätgruppen hat und dann darf da eine oder sogar zwei oder drei Platten in so einer Rätgruppe ausfallen, ohne dass jetzt der Anwender nachher was merkt. Und die Platten werden automatisch dann wieder durch neue Platten ersetzt und die Daten wieder rekonstruiert. Und man merkt eigentlich gar nichts. Also man will das unbedingt vermeiden, Verfügbarkeit, Hochverfügbarkeit. Und insofern war das die spannende Entwicklung, dass man Storage-Systeme auf einmal platzieren musste und durfte und konnte in den Firmen. Das war auch ein totales Hype-Thema. Das glaube ich absolut. Mit den Raid-Gruppen ist ja absolut fortschrittliche Entwicklung. Jetzt hast du es ja auch gesagt. Am Anfang war ein erstes Raid, dass man die Platten quasi spiegelt. Man braucht die doppelte Kapazität. Ich sage mal, Kapazität war ja damals noch teuer. Aber du hast natürlich auch nicht endlos Kapazität in so ein Storage reinbekommen. Also kann ich mir vorstellen, dass diese Kisten doch relativ groß, schwer, riesig, einen Haufen Abwärme haben durch die drehenden Platten, viel Energie gebraucht haben und wahrscheinlich auch nicht so gerade handlich waren, wie es ja heute Storage-Systeme gibt, die ein, zwei Höheneinheiten sind, die man mal schön reinschiebt und das ganz entspannt macht. Ja, das ist schon verrückt. Das waren ganze Schränke. Also in manchen Industriebetrieben war so ein 42 HE-Schrank voll mit Platten. Ja, keine Frage. Also das war schon öfters. Und das kriegst du heute in einen Shelf, also sprich in 16, 24 Platten kriegst du das heute rein. Ja, dann kriegen wir so. Das ist, und damit natürlich toll, total Ersparnis, was Energie angeht, weil viel Hitze bedeutet, viel Klima, Technologie, also kühlen wieder und das ist wieder Energie und das wollen wir alle nicht und da hat sich viel getan. Also wir könnten das heute nicht mehr leisten, mit den alten Systemen, das aufrechtzuerhalten. Da wären die die Data Centers, glaube ich, vier, fünf, sechs Mal so groß. Völlig überfordert damit. Völlig überfordert. Wir haben ja auch einen sprunghaften Anstieg der Datenmengen, die gespeichert werden müssen und da kommt ja quasi die Entwicklung so Step by Step auch hinterher. Du hast jetzt gesagt, dann kamen die RAID-Gruppen, die Thematik. Weißt du oder erinnerst du dich ungefähr, ab wann dieses Thema mit SSDs aufkam? So ganz grob. Wir waren jetzt Anfang der 2000er. Wir haben ja nach wie vor noch die drehende Platten. Da ist ja auch diese Performance-Frage, inwieweit die Performance ausreicht, da die Daten schnell zu schreiben, auch die Speichermenge. Heute haben wir nur noch SSDs, da geht es ja blitzschnell und große Datenmengen, die auch gespeichert werden können und wieder schnell abgegeben werden können. Weißt du noch so grob, wann das losging, auch so die ersten? Also 10, 15 Jahre liegt das jetzt schon ungefähr zurück. Am Anfang war das ja eigentlich im Prinzip nicht bezahlbar. Das sind ja Technologien, die entwickelt wurden. Also eigentlich sind es ja Speicher, da dreht sich ja nichts mehr. Das sind ja eigentlich nur Speicher, die die Daten halten, auch wenn kein Strom anliegt, keine Spannung anliegt. Und das hat sich halt extrem verdichtet, das Ganze, dass man das halt in die Bauform eigentlich im Prinzip von früheren Festplatten oder von denen, wo wir heute kennen, reinbringt die Technologie. Von außen erkennt man gar nicht, eigentlich, ob das jetzt ein SSD oder eine drehende Platte ist, die sehen eigentlich gleich aus. Die haben die gleiche Technik, der Einschübe, man will ja sowas nicht mehr montieren, sondern die schiebt man ein. Das geht sogar heiß, also Hotplug, wenn die Systeme laufen. Früher hast du ja alles runterfahren müssen, wenn du mal eine Komponente gewerselst hast. Das hat sich ja alles entwickelt. Aber so aktiv in den Storage-Systemen so seit 10, 10, 12 Jahren ist das eigentlich schon jetzt Trend. Und im Moment muss man sagen, könnte man meinen, dass sich das fast alles komplett in den Datacenters Richtung SSDs bewegt, weil du hast da, wie gesagt, ein paar Vorteile. Das eine ist, die sind deutlich schneller, die sind nicht bloß doppelt, dreimal so schnell. Das sind in den Zugriffszeiten, in den Möglichkeiten. Latenzen spielen da eine Rolle, wie schnell die Daten eben befördert werden können und so weiter. Das ist unvorstellbar schneller. Faktor 1000 zum Teil. Früher hat man viele Spindeln gebraucht, also viele einzelne Festplatten, um eine gewisse Performance rauszukriegen. Das spielt heute nämlich so die große Rolle. Da kannst du mit ein paar wenigen SSDs schon unheimliche Werte erreichen. Und jetzt sind ja die Kapazitäten auch schon extrem hoch. Das heißt, so eine in Anführungszeichen SSD-Platte haben wir jetzt Technologie mit 30 Terabyte in einer so 2,5 Zoll kleinen Einheit. Das habe ich mit der Trendenplatte und jetzt schaffe ich das schon nicht mehr. Also das hat es jetzt schon überholt, bloß das Preisliche ist noch ein bisschen. Das ist so der einzige Grund noch. Aber das wissen wir ja, da lassen wir uns mal nicht blenden. Und das wird sicherlich in 10, 15 Jahren dann auch wieder anders aussehen. Ja, das war auch immer ein sehr spannender Fakt, den jetzt seitdem du es erzählt hast, quasi wo wir jetzt im Mittel-80er eingestiegen sind bis jetzt, dass eigentlich immer diese Wellen gibt, dass eine neue Technologie kommt, die sehr, sehr teuer ist, noch wenige sich leisten können. Und dann findet diese Demokratisierung statt, weil natürlich Weiterentwicklung, mehr Produktion, es wird günstiger und dann können sich wieder diese Technologie quasi alle leisten. Und dann jetzt sind wir wieder auch wieder bei so einer ansteigenden Welle, wo es halt so sprunghafte Anstiege, dass man sagt 30 Terabyte SSD, die aber natürlich noch ein sehr, sehr, sehr viel Geld kostet. Aktuell gibt es aber günstigere mit, ich weiß, wie du es gesagt hast, 15, 16 Terabyte SSD, die schon Standard sind in so einem System. Ja, 15 vielleicht nicht, aber 3, 4 Terabyte ist schon eher so heute Standard. Ja, die neuen MVME-Platten zum Beispiel, weil die sind da 15,3 Terabyte, glaube ich. Ja, ja. Genau, die beispielsweise, dass sich das natürlich dann auch immer mehr in die breite Masse geht. Ja, sehr, sehr interessant. Vielleicht noch ein bisschen Ausblick in die Zukunft. Du hast es jetzt schon so viele Jahre mitbegleitet und hast die Entwicklung gesehen. Du hast es gerade so ein bisschen angedeutet. Was denkst du, wie sich das Ganze entwickeln wird und wie sich das so gestalten wird zukünftig? Ja gut, wir kriegen heute ja eine extreme Dynamik rein, durch das, dass man sagt, ja, wo sind denn unsere Daten noch? Wo sind sie denn am besten? Und vor ein paar Jahren war ja jeder davon überzeugt, das ist immer am Standort oder zu Hause, sage ich es mal, im Privaten ja auch. Aber die Privaten pirschen da ganz schön vor. Die Daten liegen heute in der Cloud ja oft auch. Und auch die Firmen natürlich. Viele Firmen haben ihre Daten komplett entweder gesichert in der Cloud oder sie haben sie komplett in der Cloud und arbeiten aus der Cloud. Das sind Entwicklungen, die haben wir vor zehn Jahren auch nicht gesehen. Da geht es extrem hin, glaube ich. Und fraglich ist halt immer, kann man es sich leisten, wie viele Datenmengen, die da immer ansteigen. Kann man das auf Dauer sich leisten, das alles aufzubewahren oder irgendwo jemanden zu übergeben, also in den Cloud-Diensten, das für ewig und immer, ewig und immer stimmt natürlich nicht, aber aufheben. Wir haben ja da auch Vorschriften, wir müssen ja viele Daten, zehn Jahre, 15, 20 Jahre vorhalten. Die müssen einfach verfügbar bleiben. Und von dem her ist das natürlich schon ein starker Trend, dass die Leute dann schon gar nicht mehr wissen, physikalisch, wo sind meine Daten? Ja, in der Wolke, in der Cloud. Das ist schon ein Trend, der setzt sich schon sehr stark durch. Aber es wird auch viel, glaube ich, in den Firmen bleiben und sind auch einige immer skeptisch und haben vielleicht andere Sorgen, weil sie sagen, ich traue der Sache nicht ganz und so. Oder ein Produktionsbetrieb, der vielleicht sagt, naja, wenn ich jetzt eine Unterbrechung in die Cloud habe, dann habe ich meine Daten nicht, dann kann ich vielleicht meine Fertigung nicht mehr aufrechterhalten. und das sind halt Überlegungen, wo dann immer eine Rolle spielen. Verlasse ich mich auf die Top-Technologie? Wenn die ausfällt, noch fallen hunderte von Firmen vielleicht aus. Und so bin ich dann auf mich selbst gestellt, vielleicht noch. Wenn ich sie habe, noch die Daten, kann ich mit arbeiten. Aber da gibt es ja noch andere unschöne Dinge heute, die man eigentlich früher, in den 80er, 90er Jahren, nicht für möglich gehalten hätte, dass andere Leute versuchen, die Daten einem wegzunehmen. War damals vielleicht mit der Floppy-Disk ein bisschen schwieriger, da hätte man sie aktiv holen müssen. Ja, da hat man jemanden auf die Finger geklopft, wenn der da ist. Aber das ist ja heute schon beängstigend, was da passiert mit den Angriffen. Und das sind die Daten, aber würde ich sagen, in der Cloud natürlich auch immer irgendwo gefährdet, aber auch sehr stark von Bremme bei den Firmen, die ja dann für die Security selbst sorgen müssen. Und das ist, glaube ich, gerade im Moment wiederum leider das Thema, das möglichst abzuwehren, dass vielleicht Angreifer eben gar nicht erst mal bei einem sich platzieren, ja, und den Betrieb schädigen oder lahmlegen. und das ist schon schon beängstigend. Heute eher die Maßnahme, ja, es darf nichts mit meinen Daten passieren. Wenn ich mir arbeiten kann, das ist der erste Punkt, ja, aber die Daten, die müssen in meinem Zugriff bleiben. Also, verschlüsselungsgroße Thema. Deshalb wird auf dem Backup heute extrem Wert gelegt, dass der nicht veränderbar ist. Ja. Dass da wirklich ein Schutz da ist, wenn auch die Firmen extrem darunter leiden, wenn sie angegriffen wurden, dass sie vielleicht sogar wochenlang nicht arbeiten können. Aber wenn sie ihre Daten verlieren, dann werden sie gar nicht mehr arbeiten. Du sprichst es an, da haben wir auch ein paar spannende Folgen schon veröffentlicht und werden noch einige kommen. Also gerne da mal durch unsere Liste durchswipen, was wir da alles haben. Ja, also sehr, sehr, sehr spannende Historie. Vielen, vielen Dank, dass du uns da mitgenommen hast auf die Reise. Vielleicht auch für viele diese Entwicklung vom Speichermedium zu jetzt. Auch Cloud ist ja auch letztendlich nichts anderes als irgendwo ein Speichermedium, was halt nicht bei dir lokal liegt, sondern halt irgendwo extern verwaltet wird. Und deswegen auch so diese eingangs erwähnte Basis von allem irgendwie. Und ja, vielen, vielen Dank für diese sehr, sehr spannenden Einblicke, Bernd. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber auch noch einiges dazugelernt. Und ja, ich finde es auch toll, du hast diese ganze Historie mitbegleitet und bist aber trotzdem immer an aktuellsten Themen dran und bist da immer up to date und informierst dich da immer weiter. Das finde ich auch immer toll, dass du da dran bleibst und nicht, es gibt ja viele, die irgendwie in der Historie schwelgen, sondern dass du da auch immer mit, auch die modernen Themen, wie du jetzt gerade erwähnt hast, was dann wirklich mit den Daten im nächsten Schritt, machen wir uns heute nicht mehr Gedanken, wie speichern wir die Daten, schon auch, aber auch im nächsten Schritt, was passiert mit unseren Daten. Genau, also vielen, vielen Dank für die Einblicke, hat mir viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Und dann danke, dass ihr zugehört habt und wie immer gerne Fragen und Anregungen an podcast.inneo.com. Wir freuen uns da über jede Zuschrift und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.